Warum sollte ich in einem Baumarkt Tiernahrung kaufen überhaupt? Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Ich war noch nie in einem Praktikal-Storker. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also Likör-Store. Das Thema ist heute irgendwie Alkohol. Bauhaus, wenn es gut werden muss. Dieses Alkohol-Thema passt wahrscheinlich zu Rigs Alkoholsucht, die wir am Anfang schon geklärt haben. Richtig. Ich bin absolut alkoholabhängig. Ich trinke durchgängig Welchen. Genau jetzt, in diesem Moment, habe ich gerade zwei Wodkaflaschen in den Ohren. Natürlich. Nee, um ehrlich zu sein, der Rick hat kein Problem mit Alkohol, aber ohne. Ja, richtig. Klassiker. Da kann man die ganzen alten Sprüche wieder auspacken. Ja, ne? Das ist super. Cola King. Kennst du die Marke? Nee. Ja, aber hier ist ein Automat davon. Hallo? Das klingt wie eine Mischung aus Coca-Cola und Maxi King. Mhm. War das eigentlich noch die Zeit, als Coca-Cola noch Koks hatte? Kann sein. Ich glaube, ja, ne? Aber... Ich weiß gar nicht. Also entweder habe ich mich jetzt total verschaut, oder... Da steht... Da steht... Ich glaube, da stand Köhler King. Mit Öl. Wir sind in Amerika. Die haben kein Öl. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht haben... War das ein Automat von Sachsen? Ah, natürlich. Klar. Sächsischer Cola-Automat in Amerika. Du hast auch Fantasie. Das glaubt mir keiner. Wahnsinn. Und eine Menge Fantasie. Aristoteles Metaphysik. Ja, ja. Das lese ich auch immer. Die Fetermusik. Das klingt auch richtig geil. Ja. Feterkäsenmusik. So, jetzt pass auf. Richtig. Also ich mache immer gute Musik mit meinem Feterkäse. Manchmal auch mit dem Mutterkäse. Das hast du gesagt. Ich finde es nur widerlich. Das glaube ich dir, dass du es widerlich findest. Hieß es nicht Mutterkuchen, nicht Mutterkäse? Abgesehen davon mal. Naja, an sich. Theoretisch. So ganz genau gesehen. Kannst du wahrscheinlich Mutterkäse machen. Ob dabei genug zusammenkommt, ist wieder eine andere Sache. Hallo Rick, bist du noch da? Ich kann mich gar nicht verstehen. Skype hält nicht so viel Schwachsinn aus. Dass du mich nicht verstehen kannst, ist mir klar. So, wir haben immer einen Namen und irgendeine komische Trophäe. Das kann niemand. Ich bin einfach zu intelligent, um verstanden zu werden. Meine geistisch-moralischen Mechanismen... Nein, das klingt überhaupt nicht abgehoben. ...sind mysteriös und komplex. Nein, Meerrettich ist auch kein Instrument. Ich nehme diesen Preis übrigens nicht an. Ich denke nicht, ihr liebt der sogenannte Preise. Von 1938. Ja. Eines der schönsten Jahre, die man kennt. Ja. Historisch vor allen Dingen. Wer liebte sie nicht? Oh, wer ist das denn? Ich habe in dem Jahr sehr gerne meine Roma besucht. Die lebte damals noch nicht, aber... Ja. Du lebst es damals auch noch nicht, aber ist ja egal. Das ist mir doch egal. Ja, ich war ein Geist. Ja. Haben wir jetzt alles hier? Der Geist der vergangenen Geburten. Nein, was? Der Spin von Davy Jones. So, ich setze trotzdem noch einen Intuitionspunkt ein. Einfach, weil ich es mir leisten kann. Oh, der reiche Junge hier. Ich nehme es zurück. Ich kann keine Intuition einsetzen. Warum? Ja, du bist ja auch kein Weib. Ja. Wärst du eine Frau, dann könntest du Intuition einsetzen. Das ist ein schönes Wort übrigens. Ja. Wir kennen ja auch alle Dragon Age Intuition. Natürlich. Ah, der war gut. Den kannte ich noch nicht. Den habe ich mir sogar selber ausgedacht. Oh. Ist das kreativ oder was? Ich bin Vegetarier. Ah. Eigentlich nicht. Ich liebe Fleisch. So, ein lecker Burger, der hat schon was. So, und dann befragen wir mal den Alkoholtyp. Ich finde auch immer lustig, wenn irgendwie Vegetarier oder Veganer so eine krampfhafte Meinung haben und dann sagen, man soll Tiere doch nicht essen. Da denke ich mir, ja. Denkst du, das denken sich auch die Wölfe oder was? Man sollte Tiere nicht essen. Oh, das Reh habe ich jetzt getötet. Aber man soll ja kein Fleisch essen. Wir brauchen Überbevölkerung. Ich lasse es. Er ist traurig, dass die Dame weg ist. Glaube ich ihm auch mal. Ja, ich auch nicht, weil ich weiß nicht, wer es war. Aber, wenn es mich nicht persönlich betrifft, ist es mir egal. Mit der Einstein gehe ich durchs ganze Spiel. Wobei ich ernsthaft noch darauf warte, dass von unserem Hauptcharakter noch... Du eine Giltatsch bekommst. Das auch. Aber das von unserem Hauptcharakter, dass die Frau mal in irgendeinen Fall verwickelt wird, das muss noch kommen. Da muss immer irgendein persönlicher Bezug kommen, dass es noch viel dramatischer wird. Würde mich zumindest nicht wundern. Buchwacher. Kann man denn quasi für die Aufnahme auch extra die hier Bitrate und so alles einstellen? Äh, ja. Boah, das ist so gut. Ich kann für beides Auflösung und Bitrate, ich kann alles einstellen. Das ist geil. Da könnte ich ja wirklich mal irgendwie Streams machen, die aufnehmen und dann quasi besser hochladen, als ich es gestreamt habe. Das wäre voll geil. Ja, kannst du. Gestreamt habe ich in 240p und 5fps, aber hochgeladen habe ich es dann in 1080p und 60. Wenn mein PC das zulassen würde, das tut da aber leider nicht. Ja. Ich überlege gerade, was wir machen müssten. Also wir haben ja irgendwie diesen Film-Anhaltspunkt. Vielleicht können wir Menschen fressen, also im Sommer. Das auch, aber, äh, tjoa. Wo geht's hier raus? Ich streite, hab ich schon. No. Geh scheißen. Ist eigentlich der Chat inzwischen wieder tot, wenigstens? Das ist alles schön im Nachhinein anschauen. Das wäre doch schön. Aber irgendwie in letzter Zeit habe ich so viele Gastauftritte, das ist schon ein bisschen unheimlich fast. Ja, warum? Was machst du auch? Mach doch mal was alleine. Aber letztens erst bei Lars, denn gefühlt 1000 Gastauftritte noch beim Gen-Kirby. Die kommen alle aber erst noch. Jetzt hier. Und morgen bei Gronkh. Nein, eigentlich nicht. In der kleinen Test, hörst du mich? Noch? Nein, ich hör dich nicht. Okay. Ich war mir nicht sicher, weil alle ein oder zwei Stunden lässt Skype mein Mikro immer abschmieren und dann darf ich es neu einstecken. Immer auf die Zeit genauso. Skype denkt sich dann so mit der Uhr im Blick. Jetzt. Okay, ich schalte aus. Alle ein oder zwei Stunden. Kommt drauf an. Und du sagst, oh scheiße, ich hab die eine Stunde verpennt. Egal, in der zweiten. Zehn Sekunden, die Sekunden. Trotzdem wäre jetzt noch ein Hinweis. Was soll ich tun? Geh doch mal ein paar Leute auf der Straße verprügeln. Vielleicht hilft das. Das würde ich gerne machen. Ich glaube aber, es geht gar nicht. Ich glaube, man kann nur kämpfen, wenn das Spiel möchte, dass man kämpft. Das ist ein Rockstar-Spiel und man kann niemanden auf die Fresse hauen. Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist kein richtiges Rockstar-Spiel. Naja, also ich hab schon ziemlich richtig ein paar Leute abgeknallt. Also, richtiger als das wird's nicht mehr. Ja, aber zu Rockstar-Spielen gehört auch jemandem eine Nutte umzufahren. Stimmt, also das kann ich auch machen. Okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Solange du das machen kannst, ist es ein echtes Rockstar-Spiel. Ja. Nur krieg ich halt irgendwie Punkte abgezogen, weil ich die Polizei bin und das nicht tun sollte. Ist doch scheißegal. Aber ich kann es tun. Also, ich hab die Macht. Ich hab abgeschlossen und auch keine Ahnung. Der Lars kriegt gerade Lust auf Mafia. Was, auf Mafia? Das Spiel? Ja. Ja. Ich schau jetzt nach. Bei Mafia find ich auch krass, beim ersten Teil zumindest, wie viel besser das auf dem PC einfach mal aussieht. Weil da halt noch so, wie sagen wir mal, Reflektierungseffekte und so dabei sind, die die PS2 gar nicht hat. Ja. PS2 ist halt einfach zu schlecht. Wo ich zugeben muss, ich hab Mafia nie gespielt oder nie gesehen, zumindest nicht mal. Irgendwie, der Stream hängt? Ne, ich hab rausgetappt, weil ich nachschauen will, was ich tun muss hier. Achso. Hätte mich gerade gewundert, hä? Wieso steht jetzt eine Person, Hinweise, Orte und es geht nicht weiter und beziehungsweise das Ding hängt noch halb im Bild. Zweideutigkeit hier. Ich glaube, ich mach's doch nicht. Ich hatte mir erst überlegt, mach ich vielleicht noch ein Infovideo, wo ich jetzt auf deinen Stream verweise, aber nein. Ja, also es wäre vielleicht ein bisschen viel. Ich fände es lustig, denn hätte man vielleicht so zehn Zuschauer oder so. Wäre vielleicht ganz amüsant. Ich, also irgendwas übersehe ich hier gerade, wahrscheinlich in ihren Sachen. Oh, ich sehe gerade, ein neuer Part, Alain Hoa ist online. Wieso steht er vor einer Stunde? Alter Schwede. 20 Uhr. Wieso wird es mir erst jetzt in der Abo-Box angezeigt? Weiß ich nicht. Aber 20 Uhr kommt die mal. Ich bin der YouTube-Abo-Box jetzt böse. Aber das Gute ist, du hast ja zum Glück deinen Tukaloni-Uploads-Twitter-Account. Ja, das stimmt. Ich weiß auch, was ich vergessen habe. Ich muss dieses Buch aufschlagen. Aber ist er quasi nur dafür da, um mit YouTube verknüpft zu sein? Ja. Sehr interessant. Wobei, manchmal twitter ich auch so lustige Kommentare. Ah. Aber das war's, mehr macht er tatsächlich nicht. Dafür habe ich ja meinen Haupt-Dingens. Dein nicht-bekannt-Twitter-Account. Richtig. Dem du teilweise echt lustige Sachen tweetest. Ja, ich weiß. Danke. Sehr interessante Gespräche, die da irgendwie bei... entstehen. Bei dir. Das ist wohl wahr. So, jetzt kann man auch über diesen Typen ausfragen, der dein Buch stand. Wie es im Buch steht. Lügt er? Ja. Ich glaube, du lügst. Du lügst mit Leeds, Robbins. Hat sie nicht, McCaffrey? Sie idolisiert ihn. Ah, hat er also gelogen, ne? Das ist auch... Was machen sie in diesem Moment? Ich stehe vor ihnen. Das ist gelogen. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, sie lügen. Danke, Herr Robbins. Kein Problem. Hey. Aha, du willst dich um die Beerdigung kümmern? Das ist mir scheißegal. Irgendwie mag ich die Animationen, die sehen ziemlich gut aus. So, von Körperhaltung und sowas. Ja, das stimmt. Wobei, wegen diesen, äh... Wo man Leute beim Lügen enthalten muss, da wurde ja auch viel auf Mimik geachtet. Richtig. Wenn man den Wikipedia-Eintrag durchliest, da wurde wirklich viel in das Motion Capturing und so investiert. Wenn ich mich nicht... Ja, in diesem Motion Capture-Anzug einfach so 5000 kleine Pickel im Gesicht wahrscheinlich. Diese Sensoren, ne? Ah. So. Muss ich nochmal zur Bar gehen? Ja oder nein? Vielleicht. Ja, nein. Ach stimmt, ja, genau. Jetzt kommt ein Spruch von der Zentrale von mir aus. Kannst du fahren? Nein. Oh. Nein, ich fahr nicht. Ich kann auch nicht fahren. Ich hab keinen Führerschein. Ja, sind wir schon zwei. Schön. Deswegen haben wir doch einen Partner, der uns kutschiert. Abkommst du davon werde ich jetzt live in der Aufnahme eine Milchschnitte holen. Oh. Einfach nur, weil ich's kann. Du musst aufpassen und sagen, was passiert ist. Oder ich geh selbst noch kurz weg. Pacific Electric. Ich seh, dass die übrigens ein paar Sekunden verzögert. Was daran liegt, dass ich mir halt auch das Stream-Bild anschaue. Ich bin wieder da. Was hab ich verpasst? Absolut nichts. Ein Ladebildschirm. Bei Milchschnitte, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Aufkleber an der Seite sind so schwer abzumachen. Ich hasse das. Weißt du eigentlich, warum die Milchschnitte nicht Kindermilchschnitte heißt? Warum? Da war mal Alkohol drin. Beziehungsweise da ist auch immer noch Alkohol drin. Echt? Ja. Zwar ganz minimal, aber da ist halt welche drin. Und ich wurde gerade auf Skype angeschrieben. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Oder vielleicht doch. So. Ich persönlich hasse ja so Leute, die in der Aufnahme essen, aber... Also hast du dich gerade selbst, ich kann's verstehen, würde ich auch machen. Ja, natürlich. Was will ich tun? Ich muss keinen interviewen. Okay. Warum musst du hier her? Hier ist auch niemand. Müssen wir wieder in den Keller? Das letzte Mal mussten wir in den Keller. Wenn ich mir nicht die Milchschnitte geholt hätte, hätte ich gewusst, was ich tun muss jetzt. Das ist nicht bei euch. Gefängnis ist auch immer gut. Junge, ich brauche, ich brauche eine Idee, ich brauche irgendwas. Was soll ich tun? Schauen wir doch mal in unser Buch. Was müssen wir denn machen? Zurück ins Zentralrevier. Das habe ich gemacht, ihr Pfeifen. Hier bin ich. Hier bin ich. Und jetzt, was? Ah, ich sollte vielleicht meinem Kollegen einfach folgen. Es klingt absolut verrückt, ja. Aber vielleicht hilft das. Meines Wissens nach... Dürfte Kinder-Pingui eigentlich kein Alkohol drin haben. Weil, da ist ja Kinder, das Wort vor, ne? Bei der Milchschnitte, das heißt ja nicht Kindermilchschnitte. Ja. Und es hat ja seinen Grund. Ja. So, jetzt, pass auf. Ach. Da Lars hört mich nicht mehr. What? Liegt vielleicht daran, dass ich nicht gesprochen habe. Ich weiß es nicht. Jetzt werden endlich mal die alten Fälle angezweifelt. Die Lippenstifte haben übereingestimmt von allen Opfern. Das ist, äh, muss man mal sagen. Ich war nicht unbedingt sprachlos. Ich hab halt nur dem, äh, Loni gebannt zugehört. Du hast einfach irgendwas anderes nebenbei gemacht. Gibt's dazu. Pass überhaupt nicht auf hier. Ich wurde halt auf Skype angeschrieben. Da musste ich antworten. Das D stand irgendwie für Dahlia. Das war von diesem Serienkiller. Und B, Black. Black Dahlia oder so. Ach, da war's schon wieder. Black. Rassisten. So, also zurück zum Summers Fall. Gab's da nicht mal irgendwie so ein Hashtag oder so auf Twitter? Irgendwie Black Matters oder so? Black Lives Matter, ja. Genau. Auch schwarze Leben sind wichtig. Mega nötig. Das ist auch an sich richtig. Auf jeden Fall. Ja, nur nicht in den 50ern. Richtig. In den 50ern hat das irgendwie niemand interessiert. Da war wirklich jeder rassistisch. Ich bin kein Rassist. Ich bin aus den 50ern. Genau. Ich bin doch nicht rassistisch. Ich komme nur aus den 50ern, Junge. Das ist doch vollkommen normal. Ach ja, genau. Wir wollen zu dem Typen in dem... Der, dessen Namen in dem Buch stand. Ach so. Ich dachte, dass Namen nicht genannt werden darf. Also meiner, ne? Ja. Der darf ihn genannt werden. Ja, wenn ich in dieser Aufnahme einmal Rick sage, ist vorbei. Das geht nicht. Und zwar jetzt. Ups. Hallo. Ja, fahr doch mal. Hast du eigentlich das Ratchet & Clank-Spiel gesehen? Das jetzt bald noch rauskommt. PS4? Hm? PS4? Genau. Ich habe gesehen, dass es existiert, ja. Ich habe mir jetzt angeguckt bisher, so den Anfang davon. Das sieht so hammergeil aus. Das Ding sieht einfach aus wie der Film. Ja, es ist PS4 nach allem, ne? Aber die konnten eigentlich die gute Grafik auch nur herbeizaubern, weil sie quasi auf 60 FPS verzichtet haben. Weil das Spiel läuft, glaube ich, mit 30. Haben wir auf 60 verzichtet? Aber bei einem Jump'n'Run eigentlich auch nicht so wichtig. Weil ich meine, Crash 1 läuft auch nur mit 25 in der Pal-Version. Das ist zum Spielen auch vollkommen ausreichend. Bei einem Shooter ist das wieder eine andere Sache. Ratchet & Clank ist zwar teils ein Shooter, aber eher Jump'n'Run. Braucht man jetzt nicht so die fetten Reflexe. Ja. Den Film will ich unbedingt sehen. Ich wollte fragen, in welches Apartment ich muss, aber ich habe es gerade rausgefunden. Alles gut. Lippenstift. Das, äh, was? Ich stand da gerade auf dem Büchlein. Was, echt? Im Büchlein, nicht auf dem Büchlein. Ach so, stimmt. Ja, der ist für einer von den Hinweisen, genau. Stippenlüft. Das, äh, sowieso. Apartment 6. Hallo, mein Freund. Wir haben eine Lieferung für Sie. Schauen wir nach, wie viele Follower du jetzt auf Hitbox hast. Äh. Ja, schon noch. Dann treten wir die Tür ein. Ja, mein Freund, Lieferung, es gibt einmal gratis auf die Fresse. Vier Stück. Vier hat das. Also ich habe dir, ich habe dir zwei neue Follower beschert. Ja, weil ich auch auf Hitbox so regelmäßig streame. Absolut. Was anderes als Live-MP-Aufnahmen. Richtig. Kann ich jetzt? Ich bin zu faul, deswegen. Intuition. Intuition. Nein. Ich brauche Intuition. Frau. Frau, komm. Nicht mit dem Duschkopf. Du sollst herkommen. Bitte. Wie kann er ein Anatomiebuch Müll nennen, hallo? Unkultiviertes Pack. Ja. Anatomie ist immer wichtig. Hier haben wir die Hälfte eines Briefes. Ja, bla bla. Die Hälfte eines Briefes und du hältst bei mir ein Buch in der Hand. Das sieht sehr interessant aus. Guter Hitbox-Delay. Wobei, in der letzten Zeit ist der ziemlich groß. Also sind es sonst immer nur fünf Sekunden, in der letzten Zeit sind es irgendwie zehn. Oder sogar noch mehr, das nervt da. Ja. Und ich weiß nicht warum. Hitbox hat your fucking shit together. Fuck. Bei Twitch, da ist es ja mittlerweile besser geworden, aber nur wenn man Twitch-Partner ist. Dann hat man einen recht geringen Delay. Ja, das stimmt. Aber sonst sind es immer auf die 15. Ein Zuschauer ist gegangen. Wer bloß? Der Akarios ist weg. Tschüss. Das ist eine Unverschämtheit hier. Ah, genau. Jetzt dürfen wir zur Bowlingbahn. Oh, ein schönes Hemd. Und eine Brechstange. Lady, schlechte Nachrichten. Sie werden jetzt, äh... Getötet. Gefickt. Was? Was? Getötet? Was ist das denn? Da muss man ein bisschen mehr Liebe ran. Ja, und der sagt erstmal, die Alte wird gefickt. Das ist ja unglaublich. Donnie. Ja, ich sag nur die Wahrheit, mein Freund. Ich sag nur die Wahrheit. Das ist auch geil. Den wundert es, dass jemand abhaut. Man hört ein, wie er Selbstgespräche mit einem imaginären Freund hat und dem Chat antwortet. Ich hab keine imaginären Freunde. Aber eigentlich... Ne, eigentlich nicht. Mit wem soll ich jetzt reden? Ich sollte besser aufpassen. Richtig kann man sich das dann im Let's Play anhören. Da hab ich denn auch einen Gesprächspartner. Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Ich lass dich jetzt nur noch dich reden und er... Ich kann auch mit mir selber Selbstgespräche führen. Deswegen bin ich als Player geworden. Richtig, genau. Das ist bei mir aber schlimm. Ich führe teils auch ohne, dass irgendwie eine Aufnahme läuft, Selbstgespräche. Da weiß man wenigstens, dass man mit wem Intelligentem redet. Und hier fehlen noch jede Menge Mods auf dem Channel, sagt der Sonic Shadow View. Das stimmt. Also im Gegensatz zu meiner Mod-Army ist das hier ja gar nichts. Hier ist ja kein einziger Moderator. Ja. Brauche ich auch wirklich für meine Live-LPs, wo ich den Chat nicht anschaue. Richtig. Wir kommen auf der Bowling-Bahn. Auf der Bowling-Bahn rutschst du der jetzt lang? Ja. Ne, ich bin hier nicht wirklich im Spiel. Ne, ich schaue dem Spiel zu. Der Loni spielt ja. Ne, eigentlich esse ich Milchschnitt, ich spiele überhaupt nicht. Das war die, äh, ist die Frau übrigens von Neptun, nachdem man herausgefunden hat, dass er eigentlich in Milch seine Herrschaft hatte und nicht in Wasser. Ach. Eißer, da ist er bloß. So. Glaubst du, wir müssen jetzt eine Verfolgungsjagd starten? Ich glaube nämlich schon. Ja. Der Nicer-Scheißer-Plus für superdünne Scheiden. Mhm. Sie können auf elf verschiedene Arten und Weisen kacken. Sie können auf elf verschiedene Weisen Verdächtige rund niederschießen. Richtig. YouTube-Kacke ist herrlich. Daddyatan-Blieins-Hajig. Man, ich komme damit nach. Ich arbeite das jetzt. Vielen Dank.